Okay, wir gucken uns jetzt erstmal das Video von Baku an, ich hab richtig Bock drauf. Jo Leute, was geht? Heute möchte ich mit euch über den Zerberster der Meinungsbürgerblase sprechen. Es geht um Mighty, einem Meinungsbürger, der es in der Vergangenheit geschafft hat, vielen aus der Szene einen Spiegel vors Gesicht zu halten, in dem er Äußerungen und Verhaltensweisen kritisch beleuchtet hat. Aber wer ist dieser Messias der Meinungsbürger-Szene überhaupt? Um diese Frage zu klären, bedarf es einer kleinen Zeitreise in die Vergangenheit, denn es gibt wesentliche Veränderungen auf dem Kanal, die es zu beachten gibt. Mighty ist mir persönlich das erste Mal begegnet, als er tatsächlich das Video über die Meinungsbürger-Szene gebracht hat. Die Meinungsbürger-Blase muss platzen, Leute. Das war damals das Video. Fanden wir, glaube ich, auch damals alle sehr entspannt. Und ja, bis auf eine Person. Leute, könnt ihr euch noch daran erinnern? Könnt ihr euch noch daran erinnern, wer das nicht so geil fand, dass Mighty ein Video gemacht hat mit der Meinungsbürger-Blase muss platzen? Wisst ihr noch, wer da relativ entspannt reagiert hat, Kappa? Oh, Leute, ich kann nicht mehr. Too nice. Smash. 50 Kilo lang. Alter, ich muss komplett los, Mann. Wild. Wild. Das Thema hat gefühlt große Wellen geschlagen und beinhaltet... Ich schreibe klar, ihr müsst einfach nur den Namen entscheiden. Das würde mich interessieren. Wer ist es denn nun? Wie heißt er denn? Das hat eine wichtige Kritik. Nein. Hä? Da nicht Firegarden, Leute. Jetzt schreiben wir einige Max. Nein, Leute. Das war Da Vinci. Hä? Das war nicht Firegarden. Firegarden hatte kein Problem damals mit der Meinungsbürger-Blase muss platzen. Oh mein Gott, bin ich gerade komplett los? Hatte Firegarden damals auch ein Problem damit? Also, in meinen Augen war das doch damals das Problem, dass Da Vinci dann einen persönlichen Streit mit Mighty angefangen hat, dachte ich. Er hat das doch persönlich genommen. Alter, ich schreibe wirklich viele Firegarden rein. Noch mehr als Da Vinci. Was ist denn hier los? Das ist eine ganz schwierige Sache. Leon, grüß dich. So war zum Beispiel Artikel 13 ein wesentlicher Part seiner Kritik, weil Firegarden oder Simply 2 behauptet haben, dass die Vorgehensweise mit der Thematik unserer Politiker ein Beweis dafür sei, dass wir nicht... Simply... Er ist einfach Simply 2 mittlerweile. Er ist schon ganz normal geworden. ...in einer Demokratie leben. Diese Art der Kritik war zu dem Zeitpunkt mehr als wichtig, denn solche absurden Behauptungen in die Welt zu setzen, sehe ich zumindest als sehr bedenklich an. Jedoch musste ich an dieser Stelle anmerken, dass ich mir zu diesem Zeitpunkt die Videos von Mighty wirklich überhaupt gar nicht richtig geben konnte. Ich fand die Gestaltung der Videos absolut nicht ansprechend und auch die Monotonie seiner Vorträge war schlimmer als jede Schlaftablette. Die Hintergründe, die er damals benutzt hat, kombiniert mit der eher ruhigen Undertale-Musik und seiner sehr ruhigen Art und Weise waren schon ein heftiger Konkurrent für Ratio-Pharm und andere Pharma-Industrien. Aber hier ein kleines Beispiel. Es ist tatsächlich so ein bisschen was im Umlauf, dass er möglicherweise in kürzester Zeit mal wieder ein Video online stellen wird. Und zwar hat er auf Instagram etwas gepostet vom 5. September. Dabei muss ich sagen, dass dies nur meine Ansicht ist und auch war mir bewusst, dass es da draußen... Und ich muss auch sagen, dass ich, äh... Also Mighty fand ich, als er noch nicht vor der Kamera war, fand ich ihn relativ monoton. Ich konnte es mir aber ganz gut geben, sag ich mal. Das war eine entspannte Sache. Als Mighty dann aber vor der Kamera war und diese Kamera aber so richtig schlecht positioniert war, fand ich es teilweise noch langweiliger. Ich fand es teilweise wirklich, Realtalk jetzt, noch langweiliger als das, was er davor gemacht hat. Und das, was jetzt Mighty macht, finde ich halt wirklich echt stabil. Das ist für seinen Kanal, finde ich bisher das Beste. Auch der beste Stil, den er rausgegangen hat. Das ist doch nicht normal. Ja, du musst langweilige Inhalte feiern. Wir wissen alle, wer gemeint ist. Nachdem dann schließlich KuchenTV und Alpha Kevin vor die Kamera getreten sind und mehr und mehr klar wurde, dass die Leute mehr Persönlichkeit vor der Cam sehen wollten, hat sich Mighty ebenfalls dafür entschieden, sein engelsgleiches Gesicht der Welt dauerhaft zu präsentieren. Leider war dieser Versuch in meinen Augen eher misslungen, denn die Umsetzung ließ echt zu wünschen übrig. Da fällt mir gerade ein, dass es ziemlich lustig ist, dass Waspill eigentlich genau das Gegenteil von allen... Durch die Pause kam der Winky-Joke nicht rüber. Scheiße, Mann. Ja, fuck, warte. ...hat sich Mighty ebenfalls dafür entschieden, sein engelsgleiches Gesicht der Welt dauerhaft zu präsentieren. Leider war dieser Versuch in meinen Augen eher misslungen, denn die Umsetzung ließ echt zu wünschen übrig. Da fällt mir gerade ein, dass es ziemlich lustig ist, dass Waspill eigentlich genau das Gegenteil von allen Meinungslogern macht und damit den Hype des Jahrtausends hat. Feier ich irgendwie. Er sagt vor seinem Mund... Ey, ist wirklich so, ne? Waspill zeigt sich nicht, macht diesen normalen Schnitt. Im Prinzip, das, was Waspill macht, ist ja nicht mal überkrass aufwendig, aber bei ihm läuft halt gerade eben des Jahrtausends, ne? Wenn es so weitergeht, dann hat er ganz schnell die 100.000 Abonnenten erreicht. Ich gönne ihm das, aber es ist auf jeden Fall heftig, wie krass, wie was gepusht werden kann. Also es ist wirklich heftig. Der Monitor, sein halbes Gesicht war verdeckt von seinem Popfilter und der Hintergrund sah überhaupt nicht Töfte aus. Ich meine, diese hässliche Tapete in Kombination mit den Gegenständen, die da an der Wand standen, waren halt wirklich überhaupt gar nicht ansehen. Das geht gar nicht. Leute, guckt euch diese Tapete an. Also es gibt diese 3D-Tapete, ne? Das möchte ich ja später auch ranmachen. Aber dann gibt es einfach auch das, was meine Dieter hatten. Das geht gar nicht. ... war noch schlimmer als vorher, muss ich sagen. Da muss ich das mal gucken. Und mehr oder weniger vor der Kamera gefreestyled. Ich fand das sogar noch schlimmer als vorher, muss ich sagen. Und genau die Dinge wurden unter anderem von einem Alpha Kevin für meine Verhältnisse doch ein Stück weit zu heftig kritisiert. Der Kern der Kritik war jedoch trotzdem irgendwo berechtigt. Der absolute Tiefpunkt war dann der Moment, in dem Mighty beim Meinungsblocker-Battle von Cloud Dust gegen irgendwen rausgeflogen ist. Ich weiß es gar nicht mehr, gegen... Das Meinungsblocker-Battle. Darauf haben wir sogar reagiert. Da hat einfach Mighty mitgemacht. Und der ist halt, glaube ich, in der ersten Runde rausgeflogen. Weil Mighty auch so ein hingeschissenes Video rausgehauen hat. Das kannst du dir echt nicht vorstellen. Also das war wirklich jenseits von gut und böse, was der da gemacht hat. ... wen das war. Spielt auch keine Rolle. Ich fand das auf jeden Fall mega lustig in einer gewissen Form. Weil jeder denkt, dass man als größerer YouTuber Safe-Call-Ins-Finale kommt. Aber dann direkt in der ersten Runde rausgekickt zu werden, war einfach Comedy-Gold. Aber da kommen wir auch schon zu einer Eigenschaft von Mighty, die man heutzutage viel zu selten bei YouTubern antrifft. Kritikfähigkeit. Man sollte ja meinen, dass gerade Kritiker mit Kritik sehr gut umgehen müssten. Und dafür gibt es auch gute Beispiele, wie zum Beispiel Just Nero, der sich der Kritik von Cubesview gestellt hat und sachlich darauf eingegangen ist. Oder ein Kuchen-TV, der gefühlt jeden Tag 22 Mal kritisiert wird. Es gibt allerdings auch krasse Negativbeispiele, die Kritik persönlich nehmen. Bussiert, jetzt komme ich bestimmt. Alpha-Camp, weil er mich nicht mehr zum Positiven aufgezählt hat. ... sich angegriffen fühlen, kaum etwas verändern und stattdessen die Leute beleidigen, die sie kritisieren. Was auf kurz oder lang dafür sorgen kann, dass der Kanal nicht mehr die Kurve kriegt und untergeht wie die Titanic. Mighty wurde für diese Punkte mehr oder weniger kritisiert, hat diese auf seine Art und Weise umgesetzt und siehe da, die Videos kommen mittlerweile meiner Meinung nach richtig gut an. Er steht nun vor der Kamera, statt zu sitzen, was dafür sorgt, dass er viel... Also ich meine, klar, er ist trotzdem hier teilweise noch von der Belichtung her, das ist ein bisschen weird. Ich weiß nicht, ob er Softboxen hat. Also keine Ahnung, ob er Softboxen hat, aber es sieht so aus, als wäre das einfach nur seine Lampe, die er am Raum auf hat oder an hat und dann ist... oder dann hat er hier vielleicht noch so eine Schreibtischlampe. Das wäre vielleicht ganz cool, ich weiß nicht, da ist mein Colorgrading drüber, das habe ich verkackt. Ach so, deswegen. Aber ich weiß nicht, aber der ist auch so... Ich glaube, Mighty ist aber auch so ein bisschen, was der Kontrast angeht, ein bisschen komisch, was das anbelangt. Aber es geht bei mir auch manchmal so, wenn gerade die Sonne scheint oder so und ich mache ein Video, habe noch die Lichter an, bin ich auch vom Licht her richtig beschissen. Das kotzt mich auch jedes Mal an. ...die lockerer wird, ist die kuriert und bewegt sich in den Videos passend und auch seine Sprechweise hat sich dadurch wesentlich gebessert. Den Seiten hier gegen den nettesten Meinungsblogger der Welt fand ich nice. Vati, im Prinzip findet man immer so, sowas ist doch immer, das catcht doch auch so. Das macht nochmal, das wertet das Video nochmal auf. So wird es zum Beispiel auch von Experten empfohlen, wenn man erfolgreich denken will, sich bei wichtigen Telefonaten hinzustellen, da bei einer gekrümmten Haltung während des Sitzens der Solaplexus und das Zwerchfell eingegängt werden und das hat wiederum Auswirkungen auf die eigene Stimme. Durch das Stehen entsteht mehr Platz im Brustkorb, der Resonanzraum wird größer, wodurch man tiefer und ruhiger atmen kann und dadurch klingt die Stimme wirklich viel... Was ist mit ihm los? Was ist denn das jetzt? Er möchte jetzt gerade eben was hier mit einem, mit einem, äh, was ist das für eine Doktorarbeit, was er da gerade eben rausgehauen hat hier? Ich dachte immer, je größer der Bizeps, desto männlicher ist die Stimme. Deswegen klinge ich auch die ganze Zeit so und ich fühle mich dann halt auch einfach, einfach wie der Allerkrasseste. Guckt mich an, Mann. Das ist Wahnsinn. Viel deutlicher und klarer. Und er macht aber so, ja. Das merkt man auch bei Mighty, finde ich, denn es ist nun für mich und für viele andere von euch auch deutlich angenehmer, die Videos zu schauen. Tee, du wirst immer ignoriert, oder? Viel viel, viel lockerer und auch aus meiner Sicht viel authentischer. Aber bei all dem Lob habe ich auch noch eine Portion Kritik an Bord, das ich jetzt noch an dieser Stelle abladen möchte. Zum einen finde ich, dass Mighty öfter mal sehr, sehr weit ausholt, was die Themen angeht. Damit meine ich explizit, dass ich oft das Gefühl habe, dass er nicht wirklich auf den Punkt kommt. Die Punkte, die er vorträgt, sind zwar meistens solide, aber man könnte die Videos vermutlich etwas kompakter gestalten, was dazu führen würde, dass die Videos etwas kürzer werden. Ja, aber wenn die Videos halt dann etwas kürzer werden, kann man nicht mehrfach Werbung reinschalten. Das ist das große Problem. Weil wenn die Videos 10 Minuten gehen, kann man halt mehrfach Werbung reinschalten, dann läuft das. Aber Baku, das musst du mit beachten. Des Weiteren muss ich sagen, dass mich persönlich das Mikrofon doch ein wenig stört, weil es aussieht, als hätte man es bis zum Limit herangezogen. Das sieht wirklich nicht ansehnlich aus, aber ist ehrlicherweise auch eher zweitrangig und wie schon gesagt, nur ein Punkt, welches ich persönlich ändern würde. Als nächstes würde ich eventuell noch versuchen, meinen Sprachtemper ein Stück zu weit zu erhöhen. Dabei könnte zum Beispiel ein voll ausgeschriebenes Skript helfen, weil man da im Gegensatz zu Stichpunkten schon ziemlich genau weiß, was man sagen will und kann das Tempo anziehen. Das stimmt tatsächlich. Ich hatte ja auch eine Zeit lang mal kein Skript geschrieben und da habe ich gesagt, ey cool, guck mal, ich kann jetzt viel freier sprechen, ich kann viel mehr noch so mein Ding mit reinnehmen. Das Problem ist, wenn du nur mit Stichpunkten arbeitest, du redest und redest und kommst irgendwann, entweder kommst du nicht auf den Punkt oder du verhaspelst dich oder du widersprichst dich aus Versehen. Und wenn du das halt niederschreibst, dann weißt du ganz genau, was du sagen musst und da kann dir der Fehler nicht unterlaufen, dass du dich widersprichst, dass du dich verhaspelst oder sonst irgendwas. Dabei muss ich aber fairerweise erwähnen, dass es in meinen Augen generell eine Menge Übung erfordert, vor der Kamera authentisch rüber zu kommen und trotz Skript beim Zuschauer das Gefühl zu erwecken, dass man alles frei vorträgt. Das mag bei Stichpunkten einfacher sein, als einem voll ausgeschriebenen Skript zu folgen, aber kann, wie schon gesagt, den Nachteil mitbringen, dass man noch während der Aufnahme Leute, kann mal bitte jeder von euch ein Herzchen in die Kommentare schreiben für Luz mit Kevin. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend, schön, dass du da warst und vielen Dank für deinen Support, Bruder. Um die Stichpunkte herum im Freestyle-Modus Sätze bilden muss und je nach Rechenleistung oben im Kopf kann das mehr oder weniger schnell passieren. Da IT allerdings auch noch nicht so lange vor der Cam ist, kann man davon ausgehen, dass das mit der Zeit auch tendenziell eher besser werden kann. Sowas geht halt logischerweise nicht von jetzt auf gleich. Mir wurde beispielsweise ebenfalls oft genug unter die Nase gerieben, dass ich klinge, als ob ich ablese, allerdings kommen solche Kommentare momentan kaum noch. Also entweder hat man sich daran gewöhnt, Also das klingt halt bei Baku, finde ich jetzt auch so in seinen Videos, klingt es immer so, als würde er ablesen. Ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal aufgefallen ist, aber bei mir ist das so. Was schlecht für mich wäre oder ihr denkt, dass ich das alles frei vortrage, dann ist das gut für mich und ich bin der King. Insgesamt muss ich aber vor Mighty auch ein wenig den Hut ziehen. Er ist offen für Kritik, nimmt nichts persönlich und haut jede Woche drei bis vier Videos raus. Man kann bei ihm sehen, dass er noch mit Leidenschaft an der Sache ist und auch will, dass der Content, den er seinen Zuschauern bietet, stetig besser wird und das feiere ich an ihm wirklich sehr. Er ist ein wirklich sympathischer Kerl, mit dem man sich gut unterhalten kann. Da kann ich auf jeden Fall gar nichts Negatives sagen. Ich bin mal gespannt, wie seine Entwicklung auf dieser Plattform in den nächsten Monaten noch weitergeht. Wie ist es bei euch? Feiert ihr Mighty? Schreibt es mir in die Kommentare. Haut rein! Dovnik, ich grüß dich. Ey, nices Video, Alter, diese Bewertung, ey. Wirklich, bei Baku, ich beneide ihn, was die Bewertungen angeht. Wirklich, also, wie kann man denn eine Bewertung von 121 zu 0 haben? Es muss doch irgendwann mal einen Hater geben. Ey, warte, ich kann das nicht so stehen lassen. Ich kann das nicht so stehen lassen. Es kann doch nicht sein, dass hier kein Dislike dabei ist. Ne, Leute, alles gut, wirklich. Er hat immer noch kein Dislike. Wie krank. Wie krank. Und wie wunsch ich bin.